Frau Stief, guten Abend. Prost. Prost, Herr Stief. Wunderschönen guten Abend. Wir sind heute zum vierten Mal zusammen in dieser Podcast-Reihe. Zum fünften Mal. Nur mal vergessen. Und wir sprechen hier, die Kerstin und ich, wir sprechen hier über unsere Online-Veranstaltung Data Disrupted. Und heute soll es gehen um die Sprecher, die wir so im Programm haben. Zumindest einige davon. Die, die schon zugesagt haben. Ein paar haben wir noch in petto. Genau. Die müssen sich noch bewegen. Natürlich sind weitere immer noch willkommen, aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich kurz darauf hinweisen, es rumpelt hier ein bisschen außenrum. Wir leben am Alpenrand und hier geht gerade so ein bisschen Gewitter. Das könnte sein, dass man das irgendwie auf die Aufnahme durchhört. Also nicht wundern, wenn da so ein bisschen Gewittergrummel im Hintergrund ist. Ja, dann legen wir mal los. Konferenz. Online-Event mit Sprechern. Natürlich mit Sprechern. Wann sprechen die denn? Während des Online-Events. Nein, das ist eigentlich gar nicht richtig, weil der Online-Event, der ist ja 365 Tage ab dem 1. September. Und wir haben aber drei Live-Tage geplant zunächst. Zunächst, ja. Die drei Live-Tage sind vom 13. bis 15. Oktober. Und für diese drei Live-Tage haben wir auch schon fleißig Sprecher akquiriert. Das haben sich auch schon welche beworben über unseren Call-to-Presentations. Und ja, ein paar sind noch in der Pipe. Mit denen müssen wir noch reden, beziehungsweise noch ein bisschen motivieren, endlich zuzusagen. Und einen anderen müssen wir noch ansprechen. Da haben wir noch gar nichts getan, die wir gerne dabei hätten. Unser Ziel ist ja da auch so ein bisschen Sprecher zu bekommen, die nicht überall rumtanzen. Also den einen oder anderen gibt es ja, die da noch nicht so... Wie schaut so ein Online-Tag aus, so ein Sprechertag? Das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Also Online-Live-Tag, also wir müssen wirklich unterscheiden zwischen Live-Tagen und Online-Konferenz. Also Online ist wirklich geplant, ein Jahr lang die Plattform am Laufen zu halten. Mit... Das war nicht das Gewitter, das war meine Wand. Die... Mit immer aktuellen Inhalten. Es wird die Ausstellung geben von den Partnern des Events. Die Ausstellung wird 365 Tage, 24 mal 7 geöffnet sein. Dort können sich dann die Teilnehmer, die sich registriert haben für den Event, regelmäßig austauschen mit den Herstellern, aktuelle Infos bekommen. Die Hersteller selber werden auch zusätzlich noch Tutorials, Live-Demos, Product-Launches, alles Mögliche. Also da arbeiten wir an verschiedenen Dingen, die es auch spannend halten das Jahr über. Und die Live-Tage im Oktober, die wir jetzt planen, das ist die eigentliche Konferenz. Und wir werben damit 72 Stunden live zu sein. Das werden wir nicht ganz schaffen, weil zumindest ich brauche immer technische Unterstützung und kann das nicht alleine. Und irgendwann muss ich den Techniker auch mal schlafen lassen zwischendurch. Aber prinzipiell haben wir keinen festen Schedule, sondern das Konzept der Live-Tage sieht vor, dass Talks parallel stattfinden können, dass größere Pausen dazwischen sind, dass auch wenn uns Leute aus den USA zugeschaltet sind, ein Talk mal abends um neun stattfindet. Dafür dann halt den ganzen Nachmittag nichts. Und die Sprecher auch in, ja, sich ihre Agenda selber auswählen können. Also das ist, wenn jetzt zwei sagen, sie hätten gerne am zweiten Tag um 15 Uhr, ja, mei, dann ist das halt so. Dann müssen die damit klarkommen, sich gegenseitig die Leute wegzunehmen. Wobei ich davon ausgehe, dass die Inhalte so differenziert sein werden, dass das nicht passieren wird. Und das Wichtigste, wir zeichnen alles auf. Und bis jetzt haben wir auch bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen die Erlaubnis, die Sachen dann später auch auf unserem YouTube-Kanal zu zeigen. Auf der Plattform werden sie auf jeden Fall für die Teilnehmer kontinuierlich verfügbar sein. Und dann ist immer noch die Option, dass wir möglicherweise während dieses einjährigen Events noch mal jetzt weitere Live-Veranstaltungen, Live-Tage, vielleicht auch nur einzelne Tage oder auch halbe Tage dazunehmen, wenn es irgendwie thematisch passt, wenn wir vielleicht auch ausreichend Inhalt dafür haben und wenn es sich anbietet. Es spricht auch nichts dabei, regelmäßige Roundtables, Beer-Rings oder was auch immer zu organisieren über die Plattform. Also wir haben ja die, die Plattform steht uns ja zur Verfügung, was wir in dem Jahr damit machen. Sie ist bezahlt, steht uns völlig frei. Da nehmen wir auch noch gerne Vorschläge entgegen. Wenn ihr da Ideen habt, was euch gefällt da draußen, her damit. So ein Jahr kann lang werden oder kurz sein. Je nachdem. Wie sollen denn, nein, bei herkömmlichen Konferenzen hat man ja normalerweise so ein Schedule, irgendwie alle halbe Stunde oder maximal halbe Stunde Vortrag, dreiviertel Stunde Vortrag. Es gibt vielleicht zwei, drei, vier Tracks parallel, vielleicht auch nur einen. Da ist man jetzt ja online etwas flexibler, bis auf das, dass natürlich die Menschen, die zuschauen, die sich zuschalten, vielleicht auch irgendwie das in das Schedule reinpassen muss. Ja. Und in die Aufmerksamkeit. Also ich denke mir, so vier Stunden einem Vortrag online zu folgen, halte ich für sehr anspruchsvoll bis quasi unmöglich. Also wir haben, weil es online ist und weil man das Zeug später auch in Häppchen nachhören kann und sich immer wieder anhören kann, haben wir den Sprechern gesagt, sie können ihre Präsentation bis eine Stunde machen. Mehr als eine Stunde macht keinen Sinn, weil länger bleibt wirklich keiner bei der Stange, speziell die Eichhörnchen der heutigen Zeit. Die Präsenter haben allerdings auch die Möglichkeit, oder das werden wir auch anbieten, Workshops zu halten, Tutorials zu machen. Das heißt, das wird auch Dinge geben, die sind dann vielleicht vier Stunden lang, aber das ist etwas, was es früher live gegeben hat. Da hat man dann halt in einem Classroom gesessen und hat sich irgendwie so ein Hands-on gegeben, ist einmal kurz durch die Konfiguration von einem Storage-System galoppiert mit Herstelleranleitung. Das werden wir online umsetzen. Solche Workshops wird es auch geben, solche Best Practices, How-tos, Hands-ons, Tutorien, Diskussionsrunden. Die werden auch ein bisschen länger gehen. Das ist wirklich das Schöne bei online. Wir sind so frei in den Formaten, in der Gestaltung und die Aufnahmemöglichkeit und dass jeder sich dann Pause drücken kann, danach weiterlaufen lassen kann, das Ganze. Also das ist, ich finde es sehr spannend, die Möglichkeiten, die Online-Events an der Stelle bieten. Ja, das hat man ja schon auch an anderer Stelle diskutiert. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich zwischendurch mal eine wichtige E-Mail beantworten muss, was die meisten sowieso machen, auch wenn sie live in einer Konferenz drin sitzen. Aber dann können sie das problemlos machen, weil sie genau wissen, dass sie eine Stunde später den Talk weitergucken können. Und keiner schaut dir aus dem Auditorium von hinten auf den Bildschirm drauf. Oh, Security, großes Thema. Ja, genau. Ja, das ist ja tatsächlich. Also mir geht das schon so, wenn ich in so Konferenzen sitze und irgendwas schreiben möchte, dann habe ich eigentlich keine Lust. Und trotz irgendwelcher Security-Folien auf dem Bildschirm sieht man ja von hinten dann dennoch geradeaus drauf, was der da vorne irgendwie macht und welche Fenster offen sind. Und das natürlich dann, wenn man dann zu Hause sitzt, wo wir jetzt nicht aufrufen wollen, dazu während der Vorträge andere Dinge zu tun, weil sicherlich die Vorträge interessant genug sind. Das hoffen wir, das hoffen wir. Das liegt natürlich dann an unseren Sprechern. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Weißt du, was richtig geil ist an Online-Events? Man kann das Publikum stumm schalten. Ja, hat sicher auch Vor- und Nachteile. Aber ja, prinzipiell... Die müssen sich dann melden, wie früher in der Schule, wenn sie was sagen wollen. Und ich denke jetzt gerade an so CCC-Events, wo man immer wieder Flaschen umfallen hört. Jetzt wollen wir unser Publikum auch nicht zum Trinken animieren. Wir sprechen natürlich von Mate-Flaschen. Vielleicht sollten wir so einen Flaschen-Sound irgendwie vorbereiten und ab und zu mehr einspielen. Dass man ein paar Flaschenklimpern hört auf dem Boden, um das Feeling authentisch zu halten. So wie die Lacher in den Sitcoms, damit die Leute sich animiert fühlen, Flaschen umzuwerfen. Wollen wir doch besser über die Sprecher sprechen. Ich habe noch, bevor wir zu Sprecher kommen, noch eine Frage zur Konferenzsprache. Die Plattform selber ist ja Deutsch. Jetzt sagst du vorhin, wir sind rund um die Uhr und Sprecher aus dem Ausland. Ja, das ließ sich nicht vermeiden, weil ganz, ganz viele Storage-Hersteller, vor allem die coolen, die sitzen leider nicht in Deutschland. Und die sitzen in Kalifornien, in Israel, in Australien und weiß der Geier wo. Und das hat dann die Herausforderung, dass die natürlich zu Zeiten aktiv sind, wo der normalsterbliche Mitteleuropäer im Bett liegt oder irgendwas anderes macht. Also wenn wir die live dabei haben wollen, werden wir sicherlich auch Talks morgens sehr früh. Was den Vorteil hat, dass die, die daran teilnehmen, dann um neun wieder an ihrem Schreibtisch sitzen können. Oder eben abends um neun haben, falls das Fernsehprogramm dann doch mal zu langweilig ist, könnte auch bei uns reingucken. Gibt es dann spannende Storage-Themen. Ja, also die Vortragssprache und das Zielmarkt ist der deutschsprachige Markt. Und jetzt weiß ich aber auch, dass einige Admins in Thailand wohnen oder in den USA. Sprich, die sind dann auch in anderen Zeitzonen als wir unterwegs. Dieses ganze Zeitthema, das ist so 1980, lass uns das einfach vergessen. Sprache, Deutsch natürlich, bevorzugt. Wird sich nicht vermeiden lassen. Viele Hersteller sind aus dem Ausland und die werden dann natürlich auch ausländisch sprechen. Englisch in dem Fall, haben wir uns auserbeten. Französisch ging jetzt zwar auch mehr, aber doof spreche ich nicht. Gut. Dann wäre ich jetzt mit den Vorgeplänkel-Fragen sozusagen erstmal durch, um das ein bisschen festzusuchen, was so sprechermäßig passiert. Und jetzt würde ich sagen, geh doch mal auf ein paar Sprecher ein. Du weißt es besser als ich. Ja. Weil du aktuell noch die ganzen Sprecher pflegst sozusagen und die bei dir Rückmeldung geben. Genau. Ich spiele Programmkomitee, weil das Programmkomitee irgendwie gerade anders. Mit dem Podcast beschäftigt ist. Genau, mit dem Podcast beschäftigt ist. Ich möchte an erster Stelle mal etwas zu den Sprechern sagen, die noch nicht auf der Website auftauchen. Also wir haben fleißige Hörer und Fans von uns, die werden natürlich schon auf der Website gesehen haben, wen wir als Sprecher bereits dabei haben. Aber wir haben auch noch mehr zu sagen, wo mir dann allerdings noch Titel, Abstracts und so Sachen fehlen, um es auf die Homepage zu bringen. Als dazu nennen wäre eine Firma Scale Computing, die gerade sehr, sehr umtriebig ist im Bereich Hyperkonvergenz und Virtual Desktop Infrastruktur. Die machen jede Woche auch Workshops zu dem Thema, zu HCI. deren CTO oder CEO ist gerade zu den 25 innovativsten Köpfen der Storage-Welt gekrönt worden. Also das ist wirklich eine sehr, sehr innovative Company. Und die sind sowohl in der Ausstellung zu finden, als auch mit einem Talk vertreten. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders, die diesmal wirklich auch mit einem Talk dabei zu haben. Letztes Jahr waren sie nur Aussteller in Leipzig dabei. Dann haben wir eine ganz, ganz innovative Firma aus Österreich gewinnen können als Sprecher. Und zwar, einige von euch werden möglicherweise die Firma Linbit kennen. Das ist die Firma, die hinter DABD steckt. Alle die, die mit Hochverfügbarkeit im Linux-Umfeld zu tun haben, kennen DABD als Protokoll. Und von Linbit gibt es mittlerweile ein Block Storage Management für Container. Das LinStore heißt das. Natürlich auch mit dem DABD-Protokoll Hochverfügbarkeit, auch da ein ganz großes Thema. Der Obeda Salame und Thomas Koslowski werden für uns dort, nein, für LinStore, für uns dort sprechen. Und dann haben wir noch jemand aus Deutschland, hier aus der Region. Und das freut mich auch ganz besonders, weil wir nicht nur Hersteller, sondern auch Anwender bei den Sprechern vertreten haben. Das ist eine junge IT-Firma, ein Systemhaus aus dem Chiemgau, die Firma Mibis.it. Und die machen ganz viel mit ZFS. Die haben sich der Open Source-Welt auch verschrieben und werden einen Vortrag halten über ZFS, über Best Practices an der Stelle. Hier, der Ralf Hunderlach wird dort der Sprecher sein. Auch da demnächst die Infos auf der Website. Ja, das sind so die drei. Da bin ich momentan wirklich ganz, ganz besonders stolz, Vertreter aus einem ganz diversen Umfeld zu bekommen. Auch, wie gesagt, Systemhäuser, nicht nur Hersteller, sodass Anwender auch einen klaren Mehrwert mitbekommen, mal mit anderen Anwender zu sprechen. Offiziell? ZFS ist cool, ja. Da bin ich natürlich ein bisschen vorgeprägt. Ich habe ja lange Jahre Sun Solaris gemacht bei einem Sun-Partner und habe natürlich mitbekommen, als Sun dann ZFS anfing einzuführen. Und mittlerweile ist es ja auch hinreichend verbreitet in der BSD-Welt und auch in der Linux-Welt, wenngleich es aufgrund Lizenzgeschichten nie in den Körnel einziehen wird. Aber das müssen wir hier nicht diskutieren. Das haben vielleicht die Herren da im Vortrag mit dabei, die Hintergründe. Ich habe auch angefragt, ob wir Sie für Storage Forum einmal interviewen dürfen. Und dann können wir da so ein paar mehr Informationen vielleicht auch noch herauslassen, was die genau mit ZFS machen und wo die das Potenzial für die Zukunft sehen. Ja, ansonsten haben wir noch weitere spannende Themen dabei aus dem Cloud-Umfeld. Storage für Container in Containern, ganz, ganz großes Thema aktuell, weil Cloud-Technologien und auch Container-Technologien auch in Deutschland mittlerweile auf dem Vormarsch sind. Immer mehr Anwender nutzen Cloud-Services. Corona hat auch dem ein bisschen Vorschub geleistet in Form des verteilten Arbeitens, sodass dort auch immer mehr Cloud-Technologien von Firmenseite, von Anwenderseite gefragt werden. Und mittlerweile gibt es auch Umfragen. Zwei von drei CIOs wünschen sich Cloud-Services, auch aus dem europäischen Raum. Und da hat vielleicht die Firma Cloudical Antworten. Da werden sprechen, deren CTO, wir haben wirklich, wirklich Hochkaräter auch dabei, einen Haufen C-Level, werdet ihr gleich sehen. Der CTO von Cloudical wird sprechen, zusammen mit dem DevOps-Engineer Alexander Trost. Und die werden eben über Storage in Containern, für Container in Containern. Hat der CTO auch einen Namen? Ja, der CTO hat natürlich einen Namen. Das ist der Kim-Norman-Samen. Der hat auch schon einige Lorbeeren in der Branche geerntet. Auch Open-Source-Verfechter. Beide sind sehr, sehr engagiert in Open-Source-Projekten. Und der Alexander gehört sogar zu einem der Kontributoren, das ich jetzt vergessen habe, eines ganz tollen Projektes. Ich suche es gleich raus für euch. Ich habe mich so gut vorbereitet und dann habe ich genau das verpasst. Wir müssen einfach Dinge offen halten für die eigentliche Veranstaltung. Naja, es steht ja schon auf der Website und es ist ROOG.io. Okay. Wenn man schon über Container Storage Management, dann ist ROOG natürlich das naheliegendste. Also ja, ROOG.io. Er gehört zu einem der wenigen Kontributoren an der Stelle. Vom letzten Jahr bekannt sind sicherlich noch der Josef Weingand von IBM. Unser Tape-Flatschiff. Nein, aber er hält die Fahne Tape total hoch. Und ich kann es mittlerweile auch nachvollziehen, weil gerade auch wieder, wenn wir von Cloud sprechen, ist Tape ein absolut genialer Cold-Storage-Medium, um dort die Preise halbwegs bezahlbar zu halten. Auch im Umfeld Ransomware, die viel gepriesene Luftschnittstelle. Ja, exakt. Wenn man einen Medienbruch hat oder eine Luftschnittstelle, wo einfach kein Ransomware drüber kommt. Darum wird es auch in einem Talk gehen von FastLTA, Christian Peschke. Der hält dort die Fahne ganz, ganz hoch. Und da haben wir gleich das nächste C-Level. Christian ist Chief Operation Officer bei FastLTA. Genau. Aber auch ihn kennt man vom letzten Jahr schon. FastLTA vielleicht kurz, die machen Archivsysteme auf Plattenbasis. Die haben auch so Erasure-Coding drunter. Das sind so Kisten mit so Einschüben. Und ein Einschüben sind immer irgendwie Schwungvolle Platten, die mit Erasure-Coding abgesichert sind. Und das Ganze wird angesprochen wie ein Tape-Archiv. Genau. So habe ich es zumindest bisher immer verstanden. Der Hannes wird dich wahrscheinlich lündigen danach. Aber ja, ich habe es auch so verstanden. Gut. Der Peter Buschmann ist natürlich wieder dabei. Peter, alter Freund von uns. Das ist mal der Erste, den ich anfrage. Ich finde das so genial, was er zu erzählen hat. Die machen so sexy Sachen. Er ist bei Booking.com, Product Owner Storage. und ist absolut besessen von Latency. Und macht da ganz wilde Sachen. Soll ich erzählen? Ja, bitte. Ich kann nur erzählen von letztem Jahr, was sie in Leipzig erzählt haben. Und da ging es darum, dass sie einen latenzarmen Storage haben wollten. Sie haben sich dann verschiedene Hersteller angesehen, festgestellt, dass die alle sehr viel Geld für, naja, nur mäßig viel Leistung haben wollen. Und dann haben sie angefangen, das einfach sich selber was zu bauen, was in ihre Infrastruktur reinpasst. Die hatten also noch in allen Racks irgendwie, was nicht, ein, zwei HEs oder so Platz. Und haben dann eben was gesucht, wo sie da rein verteilten Storage kriegen können. Haben dann mit NVMe sich was gebaut. Und so wie es uns erzählt wurde in Leipzig, ist es tatsächlich ein sehr simples Ding. Es sind relativ wenig Anschlüsse hinten dran. Man kann es eben beim Verkabeln nicht wirklich vertun. und es ist im Prinzip ein Einschlepseln, ein Einschalten läuft. Und dann haben wir da halt irgendwie in sehr kurzer Zeit zu einem sehr günstigen Preis eine Homegrown-Lösung, die man dann entsprechend mit Latenzarm betreiben kann. Es gibt den Vortrag von Leipzig nicht als Aufzeichnung, aber es gibt die Slides. Slides gibt es, genau. Die findet man... Verlinken wir im Artikel. Irgendwo aufs Storage Forum verlinken wir im Artikel, ja genau. Die Slides gibt es. Und dort ist auch so ein bisschen ein Rezept, mit welchen Komponenten, die das Ding sich gebaut haben. Und ich gehe davon aus, ich weiß nicht genau, was jetzt dieses Jahr uns mitbringen wird, aber ich gehe davon aus, das wird wahrscheinlich so eine Weiterentwicklung sein. Die haben damals auch viel Geld versenkt in mehreren Runden. Testläufen haben wir einen ganzen Schwung NVMe-SSDs geschrottet bei einem so einem Versuch, das so nicht geplant war. Und trotzdem durften sie vom Management her weitermachen und sind wohl jetzt auch ganz glücklich über die Lösung, die sie erarbeitet haben über die Zeit. Ja, also da bin ich auch wirklich ganz gespannt, wie die Story weitergegangen ist und was da jetzt mittlerweile bei rausgekommen ist. Also Peter Buschmann auch wieder dabei. Und natürlich Open Source für uns ein riesengroßes Thema und ich freue mich ganz besonders. Wir werden ihn zwar nicht live dabei haben dieses Jahr, aber er wird seinen Vortrag prerecorden und es werden Vertreter der Firma da sein, die dann Fragen beantworten können. Nextcloud, der Frank Karliczek, auch ein alter Wegbegleiter aus der Open Source Business Alliance von mir, daher kenne ich ihn, seinerzeit noch mit OwnCloud unterwegs und dann natürlich das wesentlich, aus rein persönlicher Meinung, wesentlich attraktivere Lösung Nextcloud ins Leben gerufen und mittlerweile auch wirklich, wirklich gut vertreten in der Welt da draußen, macht viel mit Behörden, viel im Bildungsumfeld, in vielen Firmen drin, hochskalierbar und jemand, der eine Alternative zu Microsoft oder Google Suite sucht, der ist bei Nextcloud wirklich gut aufgehoben. Ich habe selber mit der Lösung schon vor einem Jahr mal arbeiten dürfen und selbst da hat sie alles andere, alle anderen Alternativen in den Schatten gestellt. Also macht Spaß damit zu arbeiten auch und auch da freue ich mich sehr zu hören, was gibt es Neues aus der Nextcloud-Welt und vom Frank. Ja, das war es eigentlich so im Wesentlichen. Das ist immer so, ach nein, um Gottes Willen, ich habe den Rainer vergessen. Den Rainer können wir doch gar nicht vergessen, Herr Stief. Welchen Rainer? Den Rainer Käse. Ah. Der Rainer Käse arbeitet bei Toshiba und ist dort verantwortlich für Speichertechnologien. Er ist ein absoluter Ninja, was Technologien, Flash, SSD, Speicherung angeht und zwar richtig bis runter in die Hardware. Kannst du dich an den Vortrag erinnern, den er mal gehalten hat? Ja, ja, bei dem lernt man dann, wo die Elektronen im Silizium durch die Gegend flitzen, um Informationen zu speichern in so einem Flash und ich ging damals aus dem Vortrag raus und dachte mir, ich wusste das schon von Festplatten, dass im Grunde Festplattenaufzeichnung heutzutage, das ist mehr so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, so wie wahrscheinlich ist es, dass das Bit an der Stelle eins ist, so auf der Magnetsche, weil die so entsprechend dicht ist und bei Flash ist es nicht sehr viel anders. Da gibt es halt Ladungsmengen und ab irgendeiner bestimmten Ladungsmenge ist dann der Spannungslevel entsprechend und dann gibt es viel Signalverarbeitung hinten dran. Was mich natürlich freut als Elektriker, elektrotechnischen Hintergrund, ist eine ganze Reihe Signalverarbeitung hinten dran, die am Ende statistisch feststellt, ob der Wert, der gelesen wurde, jetzt eine 1 oder eine 0 ist, weil das eben so ganz klar nicht hinterlegbar ist mehr. Da sind wir einfach in den Strukturen schon viel zu fein heutzutage. Und ich habe verstanden, dass bei SSDs der Zyklus zwischen Löschen und Schreiben einen riesengroßen Unterschied macht über die Lebbarkeit, also Lebensdauer einer SSD und wie Toshiba damals schon dagegen angekämpft hat, genau diesen, ja diese Lebensdauer zu erhöhen und trotzdem viele Lösch- und Schreibvorgänge, vor allem die Löschvorgänge ist das, was in der SSD schrotten. Egal, darüber wird er nicht reden, er wird über HDDs reden jedes Mal, aber seit dem Vortrag, das war vor fünf Jahren, sechs Jahren, es ist schon ewig lange her, ja bestimmt, vier, fünf Jahre mit Sicherheit, eher sechs Jahre. Seitdem arbeite ich daran, den Rainer auf meine Veranstaltungen zu bekommen und ich bin so froh, dass es jetzt endlich wieder geklappt hat und wir den Rainer dabei haben werden. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf und damit möchte ich dann jetzt auch schließen? Damit können wir jetzt schließen, ja. Zeitlich sollten wir hinkommen, wieder bei irgendwie unseren geplanten 23 Minuten. Sag mal, danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal wissen wir noch nicht genau, worum es geht. Wir werden noch mehr so ähnlich wie heute die Sprecher auch die Sponsoren vorstellen in relativ kurzfristig. Wir haben noch auf dem Plan stehen, ein bisschen was zu erzählen, wie denn so eine Konferenz kaufwendisch-wirtschaftlich betrachtet werden muss oder kann. Ja, Themen gehen nicht aus. In diesem Sinne, schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich euch auch. das wünsche ich euch, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020